Attacke, Junge, rein jetzt hier. Geh, Junge, rein! Das war's für heute. Einmal noch da! Einmal noch da! Einmal noch da! Da haben wir schonmal einen mehr geschafft als mit voller Monktur. Das sag ich doch, lohnt sich nicht. Rucksack haben wir auch gekriegt. Was willst du dich ja ewig ausrüsten? Hier hat doch ein Skett geplappert. Oder war das drüben auf der anderen Seite? Oh, ich dachte, jetzt hockt der vor mir, Alter. Aber nur ein Müllsack. Was praktisch das Gleiche ist, aber den Müllsack kann ich nicht totschießen. Bringt keine Punkte. Dann schleichen wir uns mal zum Checkpoint. Und dann gucken wir nochmal rüber in die Warehouses. Da werden doch noch Skeps da sein. Aber ich schleiche mich seitlich an den Checkpoint. Nicht frontal. Die Stelle hier reicht schon eigentlich. Totgeschossen. Ich schau. Ich schau. Oh, es ist kaffee. Wir werden ihn verletzt. Alter, wo bist du denn du? Mann, Junge, ich will mich... Die lassen dich nicht losen, die Hunde. Jetzt habe ich das wieder... Jetzt liegt es im Dreck. Besser als gar nichts. Hier! Komm her, verdammte Axt! Komm her, verdammte Axt! Komm her, verdammte Axt! So mag ich es am liebsten mit nichts rein und mit nichts raus. Also hoffentlich kriegen wir auch mal ein bisschen Zeug raus, wäre einem nicht schlecht. Aber ich befürchte fast nicht. Das Dreck ist auch nicht mehr so super haltbar. Hier hinten habe ich Schüsse gehört. Kann sein, dass da uns jetzt einer entgegenkommt. Komm her, verdammte Axt! Finde ich gut von euch Jungs, dass ihr zu mir kommt. Komm her, verdammte Axt! Ah, sechs Kefs kriegen wir jetzt nicht mehr zusammen. Das glaube ich nicht. Herr Wandibus, hast du deine Mitleidskäufe schon getätigt und mich zum reichen Mann gemacht? Komm her, verdammte Axt! Komm her, verdammte Axt! Na gut, ich gehe jetzt raus. Flucht! Flucht! Vielleicht treffen wir ja hinten noch einen am Exit. Flucht! Mit ihr? Mit ihr habt ja nicht alle in Bremse! immer schön im Arsch am Stachelrad treiben. Das bringt Punkte. Ey, levelt das eigentlich Vita? Du kannst nicht mal hier eine Stunde am Stachelrad treiben, da hast du Vita Level 10 oder sowas. Hä? 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 Ich hab doch seine Füße gesehen. Was ist denn der Idiot? Ich hab doch sein... Seine Füße unter dem Auto. Ey, der stand doch dort. Jetzt wird's verrückt. Pinky, grüß dich! Wie, jetzt was denn? Was denn? Wie, jetzt... Hä? Uns haben doch noch sieben gefehlt und drei hab ich erschossen. Das kann gar nicht sein. Ja, wer weiß, was es ist. So, erstmal lesen. Moin Moin Kämpfer. Kannst du vergessen. Noch bist du nicht auf Null Rubel, okay? Du bist ein echter Gönner. Aber... Zu lahm. Ja, ist aber ein Exit. Aber... Hä? Oh, ich dachte, der hat noch gequatscht irgendwie. Stimmt, du hast recht, das ist ein Exit. Da ich so selten hier... Dings spiele, Skeff. Lass ich das. Äh, weiß ich das. Vergesse ich das manchmal. Der ist gerade Extracted. Dafür hab ich doch dich für solche Informationen. Elimination. Bestimmt irgendeine Daily, oder? Muss ich mich spulen? Nicht, dass die jetzt ausläuft. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt eine Daily geschafft habe, aber es nicht rechtzeitig schaffe, rauszukommen? Dann ist die wahrscheinlich im Anus. Den braunen Lampen kannst du... Kann man spielen. Kriegswitsch, ja... Weiß ich auch nicht. Die hat ja 50 Haltbarkeit. 50 HP. Die andere ja nur 40. Und das müsste auch ein Vierer sein. Das hässliche Ding. Aber ich weiß nicht. Die Reparatur... Das Reparaturverhalten ist wahrscheinlich kacke. 10 Skeffs. Ein Spieler. Aber 5000 XP lass ich mir schmecken.